Ja, und als nächstes gibt es natürlich, und das darf klassischerweise nicht fehlen, weil auch wir leben natürlich von unserem Nachwuchs und der Nachwuchs fängt an in der Tanzschule und begrüßen Sie mit mir ganz nervös 60-Bare der Tanzschule Tanzarena, die heute ihre Polonaise und ihren Abschlussball ebenfalls haben. Ich bitte auch die Fläche, die Schüler der Tanzarena Bremen. Applaus 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 Die Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Verantwortlichen hierbei, Nina Martens und Alexander Wörth, das seid ihr, kommt einmal hier zu mir. So, ihr zwei seid mitverantwortlich für das, was die heute Abend sehen. Wir haben noch viel mehr Lehrer auch in der Tanzschule, die im Jugendbereich unterrichten, aber sag uns mal eben kurz, Alex, was erwartet die Schüler jetzt? Ja, jetzt erwartet die Schüler erstmal ein langsamer Walzer, aber bevor wir das machen, würde ich alle Herren aber bitten, sich ihrem Datum zuzuwenden und die Blumen zu übergeben. Das ist doch mal ein Applaus wert, ne? Danke. Sehr schön. Jetzt sehen wir alle einen langsamer Walzer. Bitte Tanzhaltung. Kommt ruhig, hier auch bitte noch ein bisschen genauer, verteilt euch. Sehr schön. Und ich glaube, sie wollen alle, dass es losgeht. Es geht los. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 5. So, ein riesen Applaus an Paul. Das ist ein sehr schönes Bild. Und man hat heute immer die Pädagogik-Tanzschule und das Tanzesphäre. Und damals ist das, glaube ich, ein toller Beweis dafür, dass es dort noch anders ist. Ein riesen Applaus an alle Jugendlichen. Das ist nichts für uns mehr. Und das ist ein Tango. Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben, und schnitt, schnitt, wiegen, schnitt. Abschluss, schnitt, schnitt, wiegen, schnitt. Abschluss, schnitt, schnitt, wiegen, schnitt. Abschluss, schnitt, 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 wiegen, schnitt. Abschluss, Schritt, 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 Wiegeschnitt. Applaus ? Ja, mein lieber Albert, bist du soweit? Wir sind soweit. Ich darf das erste Mal entlassen mit einem kurzen Misch. Kriegen wir Sie von der Fläche? Super! Vielen Dank. Applaus 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 Applaus